Ferdinand Hodler Blick in die Unendlichkeit 1916 Blick in die Unendlichkeit entstand im Zusammenhang mit dem Auftrag für ein Wandbild im Treppenhaus des Kunsthauses Zürich. Die Ausführung zog sich über Jahre hin. Die Winterthurer Fassung wurde im Frühling 1916 fertiggestellt. Sie folgte einer größeren Version, die heute im Kunstmuseum Basel zu sehen ist. Erst der letzte Entwurf wurde schließlich in Zürich akzeptiert. Das Bild zeigt fünf blau gekleidete Frauenfiguren, die nebeneinander aufgereiht sind. Ihre Arme bilden eine ornamentale Linie. Die Hände scheinen nacheinander zu greifen, berühren sich jedoch nicht. Die Figuren stehen vor einem nach oben abgeschlossenen Grund, der die Erdkugel andeutet. Wenige Pflanzen sind ornamental in die Fläche gesetzt. Karg und doch deutlich gezeichnet erscheint die Erde vor dem unendlichen All. Blick in die Unendlichkeit ist vom Spiel mit der Symmetrie bestimmt. In der Komposition nahm Hodler Gedanken auf, die er in den 1890er Jahren unter dem Begriff des Parallelismus zusammengefasst hatte. Mit Parallelismus bezeichnete er die Wiederholung der Erscheinungen, die schließlich den Eindruck von Einheit erzeugt. Darin glaubte er die Grundlage aller Naturphänomene zu erkennen. Um die Einheit ging es Hodler vor allem. Einheit als Harmonie, Einheit als formales Prinzip, als philosophische Vorstellung vom Wesen der Dinge. Diese Einsicht beruhte darauf, dass das, was uns verbindet, stärker ist als das, was uns unterscheidet. Ihre Die Linke, die Fahnen des Scheiners, die Fahnen des Schatzes, die Gäste der Gemeinde, die Freude von Wesen des Schatzes, die Fahnen des Schatzes, die Geiss der Erklärung des Schatzes vor allem. Und, die sich den Eindruckenden der Menschen, die sich in der Nähe des Schatzes, die Gäste der Bewegungen des Schatzes und die Niemöse des Schatzes, dann in der Nähe des Schatzes, zum Beispiel am Rischofschraussend. Untertitelung des ZDF, 2020